Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 16. Mai 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1195 and hopefully I'll be back. Diese Folge geht unter anderem um die Themen wie Geissen, Android 13, Metapay, Starlink, Stromer und Tutorial. Also ein Tutorial, aber eines nach dem anderen. Genau, so rum. Zu allererst, nachdem es wie regelmässig neue Dinge bei Apple TV Plus gibt, gibt es auch Neuigkeiten im Spiele-Abo von Apple, Apple Arcade. Da ist nämlich neu eine Geiss mit dabei. Fleissige Gamer-Wissen, oder kommen jetzt wahrscheinlich drauf, es geht um den Goat Simulator. Das Ganze ist eine Ziege, ihr spielt die Ziege und es geht eigentlich nur darum, Chaos anzurichten. Menschen zu erschrecken, Dinge umzustossen und einfach maximales Chaos anzurichten. Ein Spiel, das manchmal für den, der Zeit hat, vielleicht Freude bringen kann. Ich habe ein bisschen Mühe mit der Navigation beim Spielen. Irgendwie, eventuell kommt das noch mit einem Update ausgeliefert, aber irgendwie habe ich, oder tue ich mich schwierig beim Steuern dieser Ziege. Weiter geht's mit Android 13. Wer das testen möchte, ist jetzt erstmalig nicht nur auf den Pixelgeräten möglich, sondern zum Beispiel auch, wenn man ein aktuelles Oppo Find X5 Pro sein eigen nennt und oder ein Find N, das Club-Smartphone von Oppo, dann kann man die Beta auch testen. Aber, ja, wie könnte es anders sein bei Android? Nicht die aktuellste. Es gibt nicht die Beta 2 von Android, sondern es gibt nur die Beta 1. Also, mehr Fehler halt drin und noch ein bisschen mehr Holpersteine. Aber zumindest, man kann es ausprobieren, wenn man dann möchte. Wie immer, wenn das euer Hauptgerät ist, mein Tipp geht nicht auf Betas. Das kann nicht gut ausgehen, wenn es dumm läuft. Weiter geht's mit Facebook und Facebook Pay. Was bald schon Metapay heissen wird und oder schon auch heisst teilweise, wird ganz fleissig in gewissen Entwicklungsländern, unter anderem vor allem in Brasilien, ausgetestet in den Grundfunktionen. Also, ich überweise dir Geld als Kollege und du mir zurück oder hin und her, wie auch immer. Oder ich bezahle irgendwo damit. Laut der Aussage von Stefanie Kassriel, der Leiter der Fintech-Abteilung bei Meta, soll das Ganze in Zukunft stark ausgebaut werden. Aktuell noch alles in, wir sind schon wieder da, Beta. Man möchte eine eigene Wallet mit hinzupacken. Da kann man dann auch die Idee und alle anderen möglichen digitalen Güter hinterlegen. Denn, genau, ich gehe und gebe Facebook noch ein bisschen mehr Dinge von mir. Aber ganz klar doch. Aber ja, wer will, Metapay. Es kommt irgendwann dann bald mal, vielleicht. Weiter geht's mit Starlink und die haben ihr Sortiment ausgebaut. Sortiment anhand von Ländern. 32 neue Länder sind mit dazugekommen. Wer ist Sengdupi? Hier in Schweiz, Österreich, Deutschland geht's auch. Ja, da geht's schon länger. Neu dazukommen vor allem Länder aus Afrika, Südarra, Saudi-Arabische Halbinseln und auch Grönland. Aber die drei, die folgen erst im nächsten Jahr, inklusive mit Island etc. Wenn Starlink seinen Breitengrad der Nutzung noch ein bisschen weiter ausdehnt. Die aktuellen Länder, die neu mit dabei sind, die schaut ihr euch am besten an auf der Webseite. Aktuell, wie gesagt, wir hier können es schon nutzen. Für mich, ich wollte es mal anschauen, aber die Grundanschaffung von etwa 600, respektive 700 Währungseinheiten, sind ein bisschen heftig. Das ginge ja noch, wenn, also nee, eigentlich heftig sind sie nicht. Führen so einen Satelliten mit Modem etc., allem drum und dran. Aber das Heftige ist das, was nachher nachkommt, irgendwie im Monat, ich glaube 96 Währungseinheiten, 92. Das ist mir im Vergleich zu dem, was ich aktuell habe, ein bisschen zu viel. Für das habe ich genügend Alternativen. Da gibt es ja andere Länder mit weniger Möglichkeiten und da ist es dann schon wieder deutlich besser. Der Schweizer E-Bike-Hersteller Stromer hat ein neues Modell vorgestellt. Der Stromer ST3 Pinion ist ein S-Pedelec, also eine Trittunterstützung bis und mit 45 Stundenkilometer, was noch diesen Frühling auf den Markt kommen wird. Das Teil ist vor allem deshalb spannend, weil ihr einen Hinterradmotor habt, und also einen starken Hinterradmotor habt, einen mit 820 Watt und eine Reichweite bis zu 180 Kilometer. Eben mit diesem starken Motor könnt ihr nicht nur grosse Steigungen hinter euch legen, sondern vor allem eben auch bis die 45 Stundenkilometer zurücklegen. Alles andere, was man von Stromer gewohnt ist, wie das einfache und nahtlose Umschalten etc., das funktioniert natürlich auch da und auch die GPS-Lokalisierung sowie die Sperrung, wenn es dann irgendwie einen Diebstahl geben sollte, Motorblockierte etc. All das ist mit dabei. Optional gibt es ABS, was man sich da zubuchen kann. Und ja, das schlägt sich dann auch im Preis nieder. Es beginnt bei 8.822 Währungseinheiten und geht etwas über 9.800, knapp 800, also 9.800 Franken kann es gehen, wenn man da eben noch die zusätzlichen Dinge obendran bucht. Etwas, was ich immer wieder habe, ist, wenn meine Tochter nicht aufsteht und den Wecker nicht hört, den vom iPhone, dann ist es mühsam, weil Papa muss aufstehen, rübergehen, Knopf drücken, abschalten und dann wieder ins Bett gehen. Das kann man in Zukunft ändern, denn es ginge doch viel einfacher. Nämlich mit der Apples Sprachassistentin, ich erwähne sie jetzt nicht, kann ich sagen, dass er zum Beispiel stoppe den Timer von XYs iPhone und zack, schon ist es passiert. Es kann so einfach sein, dieses Leben. Ist doch schön, dieses vernetzte Zeugs. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, euch diese Woche immer mit News-Episoden versorgen zu können. Ich bin Mittwoch und Donnerstag unterwegs in Mailand, unter anderem mit neuen technischen Geschichten, wo ich euch dann sicherlich erzählen werde. Aber somit kann es sein, dass vielleicht der ein oder andere Tag ausfallen wird. Ich hoffe es nicht und ja, Gesundheit, ihr kennt es. Aber euch einen guten Start und vor allem ganz viel Gesundheit für diese neue Woche. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.